Mit dem MQB verbessern sich alle Eigenschaften des Tiguan. Die Karosserie-Proportionen des neuesten Volkswagen SUV sind auffallend sportlich. Das Design zeigt in jeder Perspektive Charisma und das Gewicht konnte im Vergleich zum Vorgänger mit Euro 5 Motoren um mehr als 50 Kilo reduziert werden. Dabei macht das Platzangebot im Innen- und Gepäckraum einen riesigen Sprung. Die Volkswagen-Designer schufen mit dem Tiguan der zweiten Generation ein SUV, das progressiv und offensiv eine neue Designqualität in diesem Segment transferiert.